Geil! Oh... 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 Ja, Till! Jetzt hör mal her, ich soll da noch Kabel machen! Till! 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 Der liegt ja schon länger! Echt? Ich hab so ne Spannung! Ich weiß nicht, ich hab's nicht gesehen, aber ich bin da hingehabe, die Tasks gemacht... Wer ist aus Navigation rausgelaufen? Alter, du hast es! Seid doch mal in den Schnauze! Was musst du jetzt, die Leute zu manipulieren? Äh? Ja! Du, der ist gerade in Navigation reingelaufen! Und wir haben die Leichen reportet! Reicht mir jetzt hier! Ich bin extra nach rechts! Leute, Leute, Leute! Guck'n, wer da gegangen ist! Ich würd' sagen, Maser wählt! Hä? Wovon redet ihr grade? Lecina! Wirklich? Lecina, bist du mit mir in Navigation rein? Bin da gerade mit dir rein, ja! Und wir haben was leichtiges Nehen, oder nicht? Natürlich! Ja! Ja, aber... Loll, es sind zwei tot! What the fuck! Ja, pass mal! Ich habe doch reportet! Lass mich doch erst mal reden! Machst du doch schon! Ja, rede doch! Ich verliere gleich meine Fassung! Boah, ich trinke jetzt mal Zitronentee hier! Also, ich stande im ersten Raum und bin hochgegangen, mit vielen anderen auch. Und dann war ich fertig mit der Aufgabe. Dann war grün tot und Thiel ist davon weggelaufen. Ja, das ist richtig! Ich bin auch nach rechts gelaufen, weil die Leiche schon vorher da lag, um zu gucken, wer da weggerannt ist. Und das war Tama! Ich hab Tama! Junge, was du laberst! Ja, nix, was ich laber! Ey, ich verstehe das! Wir machen das als Mim und so! Votet Tama! Nein, du machst nicht als Mim! Das ist halt dumm! Das ist kein Mim! Jetzt kommt jeder so... Jaaaa! Votet Tama, Leute! Ich werd Tama! Demokratie stinkt! Ich werd auch stinkig! Weil hier nicht Tama gewartet wird! Votet Merkel! Aber wenn Tama... Wer nicht Lega votet... Der ist also deslos! Also, ganz ehrlich, ne? Egal, wer... Egal, wenn Tama jetzt rausgeht, wovon ich ausgehe, dann haltet ein Auge auf Weiß! Auf Till! Dieser kleine... Halt mein Ding Zehn-Augen auf dich! Halt mit mir! BWo �EN! GWTW! Ihr seid so dumm. Alter, was ist das hier schon wieder? Oh, Mann, ey Oh, wunderbar. Wenigstens seid ihr unterhalten, chat, wenigstens seid ihr unterhalten, das ist alles. Ich habe jeden Abend bauchschmerzen, wenn ich es, also jeden Abend, der Mann. Legasen. Ich bin geil. Geil. Wie im Horrorcamp oder was? Schhhhhh. Kallis, glaube ich. Ah, Lega ist es. Ich wusste es. Ah, nee, Kallis tot. Der weiße. Der weiße Mann. Legasen. Vor allem, ich will nur mal kurz erwähnen, dass Tama es wahrscheinlich war und Tama hat eben noch erzählt, wie er mit Lezina in den... Ne, das hat 100%. Lezina und Kall war beide Navigation und Kall war tote und plötzlich. Ich sag so, bis ich habe keine Ahnung. So genannt so. Das ist eine Runde, die wir gewinnen. Erwischt. Gute Runde. Easy peasy gewonnen. Hat Spaß gemacht. Ich geh mal masturbieren. Ich geh mal masturbieren, ist gleich. Ich geh mal masturbieren, ist gleich. Ah, ja. Wäre jetzt scheiße, wenn das jetzt nicht zu Ende wäre. Upsi. Oh. Äh, Upsi. Oh Gott. Oh Gott. Ach, ach, ach. Ach, ach. Lol. Mitten im Raum. Mitten im Raum. Du bist grad von Masa weggelaufen. Ich bin vom Masa weggegangen. Ich bin vom Masa weggegangen. I don't think so. Ich bin grad Richtung Skrotee gegangen. Ich denke erst du bist das Masa. Ach so, ich bin's. Ich bin links gelaufen und rechts liegt Masa, oder wie? Wo liegt Masa? Am Cafeteria-Tisch. Ja, okay. Was war's denn wohl? Ja, für dich. Mob sagt grad noch, du kommst von dem. Danke an euch alle. Für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss. Tschüss. Unnützes Wissen. Es gibt einen Comic-Zimmer-Helden-Laden. Flasche-Häusen, der in einem Kartenbau liegt, eine Badehäuser-Clicks. Also, wie war's denn? Ich war's gerade. Hä? Ich war's gerade. Ach, Kammer war's wirklich. Und Kammer war's wirklich. Das war's für dich, Gorda. Oh mein Gott. Natürlich war's Kammer. Offensichtlich, da ging's doch gar nicht. Danke, Kammer war's nicht gewohnt. Dankeschön. Dass ich in Ruhe meine Aufgabe machen konnte. Bei seiner Logik ist so ziemlich das Dümmste. Der könnte halt auch bei Querdecken sprechen. Warum nicht? Ich glaub nicht, ich war's nicht tot. Jungs, ich hab Kammer rausgewohnt. Wir wussten 100 Prozent, dass es Kammer ist. Ja, klar. Wir wussten 100 Prozent, dass es Kammer ist. Ja, wussten wir auch. Ja, wussten wir auch. Ja, wussten wir auch. Ja, aber theoretisch ist auch Tammer jede Runde. Weißt du, was ist so dumm, ey? Hat doch zweimal gestimmt, was beschwertest du dich? Wenn dieser Scheiß-Bias jetzt nicht mal auf wird, lass dich aus. Jetzt komm mal. Ja, dann war's ja Till. Dann wussten es Till, was. Jetzt sind wir alle da hier. Das ist nur wickelhafter Version. Oh cool. Ah, E-T-A-M-E-R-C-B. Ja, komm. Moin's an Iron Booty. Es ist grün, es ist grün, es ist grün. Du standst doch daneben. Ja, ich mach die Aufgabe, man. Es ist grün, der ist gerade weggelaufen. 100-prozentig grün. Wie sicher ist diese Information drauf? Ja, und wenn du da drauf stehst, hast du dieses, wo du schießen musst. Und ich bin der weiße Shroud, und es ist aber leicht durchsichtig. Und deswegen hab ich... Alles klar. Das ist grün. Es ist grün, 100-prozentig. Der lag eigentlich unter dir. Also, wenn ich jemandem vertraue, das ist karl. Ja. Sag ich, wie es war. Ja, wollte ich grad sagen. Hallo, deinem Lehrer vertraut. Ulra. Nee, dann lieber Karl. Lieber Karl. Ich vertraue immer Karl. Welches Fach denn überhaupt, Lehrer? Warte, ey, Karsten, was sagst du denn für deine Verteidigung? Wo warst du denn? Die haben alle... Guck mal, die haben alle schöne Vote. Du hast alle überzeugt einfach. Karl, das ist echt wütend, ne? Ey. Ey, wir können hier... Wir können hier live... Warte mal. Pssst. Wir können hier live erleben, wie ne Pussy gerade reagieren. Das ist... Habt genau mal ein Auge drauf. Achtet da jetzt. Guck mal. Okay. Sag mir jetzt, was du gemacht hast da oben. Also, ich bin aufs Navigation gekommen. Und bin nach oben gelaufen. Du hast an dem komischen Stuhl... Mann, Tam, halt doch mal die Fresse jetzt. Du hast an diesem komischen Stuhl gestanden und ich wollte gerade... Ein bisschen nass gerade. Und ich wollte Karofiteieren. Den Zee anzuschwitzen. Der Tammer ist auf Twitter immer so vernünftig, ne? Aber hier im Game... Ja, das ist furchtbar. Den kannst du komplett verjessen. Ja, it's toxic, wie sau. Ja, können wir jetzt den Vot abschließen hier? Das dauert halt viel zu lange. Ich geh jetzt nicht klar. Ich geh jetzt nicht klar. Ich kann eigentlich weiter machen. Wahrscheinlich war's auch gar nicht. Ich hab nicht schwören dürfen. Ich war's nicht. Ich schwöre. Ich schwöre auf meine Hunde. Oh oh. Passt. See? I'm dead . Hey Dolly. Uh-huh. Also der klickt vor Electrical. Ich bin rechte Seite gewesen und Dizzy war bei mir. Aber ich habe eine Vermutung. Ich sage aber nichts. Ich denke... Hä, in der Lokal bist du es oder was? Wie soll ich das denn gewesen sein, wenn die Leiche Electrical liegt? Das sagst du jetzt. Intelligenzbombe. Die Leiche liegt gar nicht Electrical. Bist du dumm? Ich bin gerade Electrical. Full Electrical. Hä? Was für Full Electrical? Davor! Ich habe als weißer Schraute, ich bin die Aufgabe beendet, habe den letzten Schuss abgegeben, fachmännisch. Full Electrical und Tama ist in Electrical. Das habe ich mir jetzt auch so kurz aufgeschrieben. Also als ich reingelassen... Ich musste da die Aufgabe machen, wo ich einen der Regler... Da sind ja sechs oder acht Regler oder so, und muss einen bewegen. Und dann wurde ich gerade wieder zurück und dann kam der Report. Wir wissen nicht, wie die Aufgaben sind. Vielleicht hat Lega auch gekillt und reportet? Glaube ich nicht, ne. Sag ich dir ganz ehrlich. Wenn du das nicht glaubst... Also, dass Lezina das gerade wieder auf mich schieben will, obwohl die gerade mal der Byrus ein bisschen runtergefahren ist, macht mich schon sehr suspicious. Lezina ist es nicht. Und das mit Mobs bin ich auch... Lezina würde ich meine Hand für ins Feuer legen, weil der wie ein Obdachlose-Armee vorbeigelaufen ist. Alleine mal gerade in Dizzy's Stream gucken, ob der das ist. Ich habe schon geguckt, der ist es nicht. Dann ist es Mobs. Ja, dann ist es Mobs. Alles klar, gut. Dann ist es Mobs. Na, komm. Ich habe alle Streams offen, die verfügbar sind. Keine Ahnung. Ja, gut. Zurecht, Karl. Zurecht. Zurecht. Das finde ich in Ordnung. Ja, so spielt man auch RP. Kannst du mir mal kurz den Multilink schicken, bitte? Ich habe keinen fertig gemacht. Ich mache das alles mit zweite Comic. Warum macht ihr eigentlich keinen Squad-Stream? Hm. Das ist eigentlich eine gute Idee, oder? Ja. Also, Carsten könnte halt nicht mitmachen, weil er kein Partner ist. Aber, naja, Dizzy um Karl zumindest. Hm. Das geht aus. Karl, wir warten hier gerade noch. Also, das ist Anti-Partner-Shaming an der Stelle, ne? Na klar. Für wen wollten wir jetzt? Na, Mops. Ja, für Mobs. Okay. Gut. Gut, Schluss, Jungs. Endlich mal Progress hier. Ja, Pech gehabt. Das Schöne an der Gruppe, hier gibt es Progress. Immer wieder, jede Runde. Und schon wird aus dem, äh, so krassen Beef ein Karl und Dizzy Meme. Ja, da gab es ja kein Beef. Ich habe gerade Downloader am Laufen. Geht mal rüber und schaltet das aus. Ach, danke. Till ist tot, Electrical. Mir kam Nils von unten entgegen. Kann sein, dass er von Electrical kam, aber es war bei Admin. Storage Admin ist... Ah, der Zina habe ich das letzte Mal bei Storage gesehen. Ja. Kannst ja also auch in der Ecke sein. Ich war gerade auf dem Weg zum Meme zu ziehen. Also, ich würde mal, ich mache mal kurz Sherlock hier. Ja, das war ja weit davor, als du mir entgegengekommen bist, ne? Also Karl hat eben gerade schon wieder, äh, den, 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 äh, Balkan-Elekträger gespielt und versucht, Kabel zusammenzubauen und hat ein halbes Jahr gebraucht. Tama habe ich noch gar nicht gesehen und Lezi, äh, Lezi, äh, Lezina ist zu Elektro gegangen. Tama war bei mir, der ist gerade, der war mit mir zusammen, er hat mich eingeschlossen. Ja, dann Lezi, ne Abfahrt. Ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, dass du, äh, dass du auch gewendet bist. Ich? Ich hab für Dizzy gewotet jetzt. Ich bin, ich hab gewendet? Ich hab für Dizzy gewotet. Alles klar. Nee, aber nicht eben gerade, so, ich mach, ich mach High IQ jetzt, weil ich hab auch heute, ich hab mit Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging trainiert. Ja, find ich gut. Mach ich auch nur, wenn ich auf Klo sitze. Karl, da ist keine Hoffnung mehr, sorry, tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Kuss. Ich war Weapons, ja, mein Hirn ist noch nicht von Testosteron zerfressen. Digga, vote doch jetzt. Lüg doch, du lügst. Musst du hier Minuten füllen, oder was? Ja, natürlich muss der Minuten füllen. Okay, gut. Ist ja in Ordnung, ich wusste ja nicht, dass ihr alle so schnell zu überzeugen seid von irgendwas. Toll, ihr Hoden. Gewonnen, oder? Nee. Hey, und Karl steht am Tisch und dreht euch. Ist das, äh, ist Lizino, oder? Du monst, da! Scheiße! 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 Das war stark, stark, stark! Das ist eine Misere! Stark, stark, stark! Alle, alle Loops! Ey, ich weiß nicht! Das machen wir aber auch neuen Tränen! Entschuldige, ich war gegenseitig! Karl! Ja, kurz nach, ja! Stark! Ja, es tut mir leid, nee, es tut mir leid! Nee, ja, nee, das wollte ich nicht, aber... Ich wollte fragen, ob du noch ein Bier trinken willst, das pumpt dein IQ höher. Ich hab die sich auf Wänden sehen! Hol mir jetzt noch einen! Mach mal bitte, also dein IQ ist noch nicht hoch genug heute. Ich wollte einen vom Dach fahren. Prösterchen! Ja, das war unbedingt super... == Vielen Dank.